Ah, da kommt... Ja. Tag, Hubert. Ähm... Warte, ich überleg mir kurz was Schlaues. Mein Name ist Holger Stockhaus und ich spiele in, wie sagen wir, in oder bei Bibi und Tina? Im Film, im Film, im Kinofilm. Im Kinofilm, im Film. Das kann ja, das dauert eine Weile. Ja... Hallo Leute! Ich hab grad Schoko aus meinem Mund ge... Gott, Leute, ihr stellt heute wieder Fragen. Ähm... Vielen Dank für 50.000 Followern! Habe ich Soundtrack gesagt? Hilft das? Ja. Ja. Ich mach gleich meinen Stunt. Ich fall aus guten 60 cm Höhe auf ne Matte. Hin oder einfach nur gerade durch. Kann sein, dass das die letzten Videoaufnahmen von mir sind. Das ist ein harter Drop. Aber... Man tut, was man kann. Fürs Produkt. Ja. Das ist ja lächerlich. So ne schlechte Vorstellung hab ich ja noch nie gesehen. Uh! Huuu! Falls der einen gesehen wird, vielleicht lacht! Das ist heiß, was richtig klatscht. Wow! Aber ich hab's kurz davor gewusst, dass der gut wird. Aber so viel Headroom und du hast die Füße abgeschnitten. Deshalb fühlen wir das nochmal vom Kopf bis Fuß. Wuh! 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 Das ist die eigene Quelle. Falkenstall. Genau. Wuh! Wuh! Papa, so wird das... Ne? Das haut wir gleich rein. Ah, ja, ja. Die komplette Gruppe auszudecken. Das steht da auf dem Weg. Das ist ein Traum. Es geht für mich in Abfüllung. Verstehst du mich akkustisch? Ziehen? Ein Traum geht in Abfüllung. Oh! Umziehen bitte! Okay! Also in dem neuen Teil geht es halt hauptsächlich um die drei Neuen, die ankommen. Ist das der Regen? Oh mein Gott! Kämpft hier mit den schlimmsten Wetterbedingungen. Das muss noch ordentlich abgebessert werden. Es ist schon immer 1-2 Stunden Arbeit noch mal, bevor wir wieder anfangen können zu gehen. Aber es lohnt sich. Wer soll es jetzt Aliens geben? Ah, das ist alles gut! Dankeschön! Das ist doch funny, Alter! Das ist alles im Making-of! Also du machst es mir ja nicht immer leicht. Tag über dreißen sie sich am Riemen. Wir wünschen euch ein ganz besonders fantastisches neues Jahr. Mit Gesundheit, Glück und natürlich viel Liebe! Hallo, hallo! Pluto, Saturn! Erde an Mars! Könnt ihr uns hören? Sind wir hier unten allein? In der Unendlichkeit! Erde an Mars! Wohnt da jemand? Wohnt da jemand? Wohnt da jemand? Bis zum nächsten Mal.